Hallo, grüß euch. Ich mache heute gefüllte Zucchini. Und dafür habe ich ganz knackige, gute Zucchini gekauft und habe sie ausgehöhlt. Normal kommen das Zucchini-Fleisch auch noch in das Faschierte rein. Das tue ich jetzt nicht, weil das nur Karren sind. Also ich tue sie immer so aushöhlen und tue es nicht dazu, weil es einfach nur Karren sind. Und Karren muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Dann habe ich eine Auflaufform Tomatensauce reingetun und zwar ist das die Tomatensauce, die ich schon im Netz habe, und zwar als Pizzasauce. Die nehme ich jetzt für das auch her, da lege ich dann die Zucchini rein und tue sie ins Backerl und fertig. Ich habe jetzt hier Butter, da tun wir jetzt eine Zwiebel rein. Und ein Petersil, das kommt auch zum Faschierten dazu. einfach ein bisschen glasig werden lassen. Jetzt müssen wir es nicht abräuschen oder was. Petersil dazu einfach so ein bisschen, dass es nicht ganz roh ist. Und da habe ich ein bisschen Semmel-Knödelbrot und habe einfach ein bisschen heiße Milch drüber geschüttet. Nicht viel, weil sonst wird das alles ein bisschen zu barzig. Da kommt jetzt das dazu. Das ist eigentlich fast gemacht wie das Faschierte. Nur der Unterschied ist, wir tun heute einfach ein Schafkreis rein. Und sonst einfach dann überbacken. Wer will, kann auch da noch einen Käs drüber tun. Was ich jetzt nicht unbedingt notwendig finde, wenn ich einen Schafkreis habe. Aber ja, kann jeder machen, wie er will. Da habe ich es Faschierte. Das habe ich gerade beim Metzger geholt. Das ist ein halb Kilo. Und da habe ich einen Schafkreis. Den tun wir in kleine Würfel schwein. Ich weiß nicht, ob ich da den ganzen brauche. Schaut es beim Schafkreis ein bisschen, ob es halb jetzt eine gute Qualität ist, wenn er so cremig ist wie der jetzt zum Beispiel. Und ein bisschen mild nicht garer so gesalzen, dann ist es meistens eine gute Qualität. Es gibt ganz billige Schafkreis ja, weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich mache da schon ein bisschen Schafkreis drinnen. Weil das ist ja eigentlich das Gute bei den überbackenen Zucchini. Weil die Zucchini selber ja nicht so noch... ganz gut. Aber ich kaufe den jetzt nicht im Supermarkt, sondern wenn sie einen Türken in der Nähe haben, haben die natürlich auch die besten Schafkreis. Jetzt muss ich meine Tuch holen. Und zwar... das tun wir jetzt da. Dass wir es nicht vergessen, tun wir die Zucchini gerade ein bisschen salzen. Nicht zu viel, weil das Fleisch schon gesalzen ist, aber sonst schmecken sie nicht gar so. Dann tun wir das salzen. Ich tue jetzt in dem Fall keinen Senf rein. Kann man, muss man nicht, weil eben der Schafkreis. Ich mag ganz gern den Geschmack vom Schafkreis. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir machen. Und dann machen wir ein Ei dazu. Zwei Eier. Man kann auch ein bisschen Chili dazu tun. Das tue ich jetzt in dem Fall nicht, weil die Tomatensauce, die ich habe, schon relativ deutscher Chili drin. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Ich habe jetzt da eigentlich nicht solche Mengen angegeben, weil das muss jetzt eigentlich jeder selber im Griff haben, wie viel, das sind vielleicht 200 Milliliter Milch gewesen und das Knädelbrot. Jetzt tun wir da ein Schafgräß dazu. Ich meine, da können wir den ganzen aufschneiden, weil das da leidet. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich mit den zwei Zucchini nur gehabt habe oder ob es für mehrere reicht. Ich geh das immer so ein bisschen nach Gefühl und das muss ich sagen, das möchte ich auch mal, dass es ein bisschen schaukt, dass es nach Gefühl, wie es meint, wie die Masse sein sollte. Nicht zu flüssig, aber auch nicht wie Beton. Jetzt könnt ihr da auch noch ein Ding aufschneiden. Ein Käse, das kommt auch noch zum Überbacken und jetzt tun wir die Zucchini-Füllung. Dann mache ich immer so eine längere Wurst und das da schön reingedrucken. Das ist weg, das ist das 6. Und so tue ich das in die Auflaufforme einstellen. Jetzt muss ich da gerade noch ein Stückchen anschneiden, dass es ein bisschen zu lang ist. So, das nächste schneiden wir drei Stückchen an. Ich meine, das war halt für 6 Zucchini leicht. Bei 180 Grad Heißluft tun wir es so, 40 Minuten werden sie schon brauchen. Dann schneiden wir auch wieder ein Stückchen an. Dann habe ich ein bisschen zu gut gemeint. Wer jetzt lieber mag keinen Schafkäs, weil er ihn nicht mag, dann lasst ihr den Schafkäs weg. Dann tut ihr einen bekannten Senf rein und einen Käse drüber zum Gratinieren. Dann so einen Gratinierkäse drüber und lasst es da. So, eins geht sich jetzt noch aus. Verschiertes habe ich für drei große Zucchini, also 6,5. Einfach das Fleisch rein drücken. Das war ein halb Kilo faschiertes. Und da machen wir nachher noch die anderen zwei. Da kann man noch ein bisschen drauf tun aufs Erste. Und in der Tomatensoße dann wird es fertig gebrochen. Und das ist nachher noch für die zwei letzten. Aber jetzt mache ich einmal die vier. Und so tue ich es jetzt 40, 45 Minuten bei 180 Grad rein. Ich schaue natürlich immer wieder und stich ein bisschen rein, ob die Zucchini schon weich ist und ob das Fleisch durch ist. Und wenn sie oben zu braun werden und sie sind noch nicht durchgebracht, braucht es einfach eine Folie auflegen. Ich tue das jetzt rein und wenn sie fertig sind, dann zeige ich es euch. Fühlt euch dabei. So, meine Zucchini, meine gefüllten sind fertig und wir lassen uns die jetzt schmecken. Schauen lecker aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!